Oh, so. Au, au. Jawoll. Wo? Da. Oh, zu weit. Dahin. Wann? Durch die Wellen kann man nicht treffen. Also. Oh, den kriegen wir auch noch. Oh, den kriegen wir auch noch. Oh. 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 Puh. Oh. 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 Gerammt. Gereizt. Scheiße. Die machen ernst. Der Sprenger reizt. Verdammt. Komm schon. Nummer 1. Der Sack versteckt sich natürlich direkt hinter uns. Nummer 2. So weit geht meine Maus nicht. Die ist neu, sie entern. Scheiße. Das ist der Heli. Wir werden noch fertig machen. Heli? Ich zähle da hinten nur einen. Oh. Ah, Maus. Der Heli ist weg. Der Heli ist weg. Jetzt. Oh, oh. Und vorbei. Scheiße. Gut, da hat uns jetzt der Hubschrauber ein bisschen mehr zugesetzt, als ich eigentlich wollte. Dieses Drecksding. Und los. Scheiße. Feindlicher Heli. Wir werden fertig machen. Liegt's mir aber nicht. Ich schieße jetzt schon drauf. Ich verheirrlich, Rennhof. Ha. So. Busser Schiff. Da. Das Kieldecker ist offen. Da steht die Gerards dabei. Das war die Gerards. Bring uns da rein. Cool. Ich hab' eingeparkt. Scheiße. Das wird noch lustig. Aber ich weiß nicht, sind wir schon in Richtung Ende oder so? Das macht irgendwie so einen komischen Eindruck. So. So. Warte geht's. Direkt nachladen. Oh, das sind auch welche. Oh, fuck. Da ist einer. Nein. Lief nicht so gut. Glaube ich. Nochmal. Kommt schon. Jetzt trifft ja hier auch einer. Au. Scheiße. Natürlich, ich krieg die Kugel ins Westen in die Fresse. Spaß. Ist offen, sagt der Idiot. Lauf. Lauf, 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 lauf. Hört ihr das? Da oben ist ein Rutschrober. Ich kann verwundern. Ah, gut, Gadget. Oh, was haben wir denn? Oh, yeah. Oh, yeah. Die auch in Innenräumen abgefeuert werden kann, ohne den Schützen zu verletzen. Eine wirkungsvolle, ungelenkte Panzerabwehr und Antipersonenwaffe. Antipersonenwaffe ist ja auch geil. Okay. Die gute alte Panzerfaust. Ich glaube, ich nehme den. Gadget 2. Nehmen wir den. Oder den, oder den. Ich nehme den, weil der hat hier so eine Zielfunktion. So. Und auch Waffen probieren wir auch mal eine neue. Wir machen mal hier die MX-4. Und hier stecken wir mal die, ich glaube, wir stecken jetzt mal hier die Schrot rein. So. Sorry. Tschüss. Gut. Gott, Alter. Ich höre nur noch Geballer. Hier mit ihren Scheiß-Granaten. Boah. Das habe ich gar nicht gesehen. Scheiße. Ich hole mir mal eine neue Waffe. Die ist zwar ganz gut, aber ja. Ich brauche eine Genove. Die Schrot ist ja auch nicht wirklich hilfreif. Leute, wir müssen Gerriten picken. Wir können durch die Krankenstation gehen. Hoffentlich haben sie da die Leute evakuiert. Ja, wenn du mich... Mann. Und weiter. Mach. Scheiß! Meine Fresse, kann ich kämpfen. Wo zum Teufel ist der? Garrison hat ihn verlegt. Was? Das hast du zugelassen. Ihm ist egal, wer ich bin. Was hätte ich denn tun sollen? Ihn bekämpfen? Ich habe die Verteidigungslinie gehalten. Ruf das Kommandodeck und frag Garrison, wo er ist. Auf dich wird er hören. Meine Güte, Hanna, das Kommandodeck ist abgeschnitten. Sieh zu, dass du verschwindest. Auf geht's, Tumftum. Ich sichere! Du steckst voller Überraschung. Was, Hanna? Ja, jetzt haben wir auch noch Frauenpower mit am Start. Jetzt können wir nur gewinnen. Aber in der nächsten Folge gewinnen wir dann. Da geht's dann weiter. So, was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.